Herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog Nummer 13, deinem täglichen Vlog über die Elektromobilität mit den neuesten Nachrichten und den Informationen aus meinem Leben als Elektroautofahrer. Im Hintergrund siehst du hier das Model X, das werden wir heute bei einem kleinen Roadtrip testen. Du siehst, das Wetter ist hier relativ schlecht, also wird es Zeit, dass wir ins bessere Wetter fahren. Hoffen wir, dass die Wetterprognose recht hat. Im Moment ist der Start nicht so gut gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Software-Update wollten wir machen, hat nicht funktioniert. Wir wollten dafür sorgen, dass der Autopilot funktioniert und der Tempomat. Das hat leider nicht geklappt. Jetzt haben wir gerade die Türen aufgemacht. Die Nacht hat es geregnet, du siehst, das Auto ist ziemlich nass, die Scheibenwäsche sind auch noch an. Und was ist passiert? Das ganze Wasser ist durch die offene Flügeltür auf unsere Jacken getropft. Meine Frau ist begeistert, die Kapuze ist nass. Wir fahren bei zwei Grad an die See mit viel Wind. Also kein guter Start. Wir hoffen, dass es besser wird. Folge mir in die Sonne. Wir sind jetzt auf dem Weg in die Sonne. Wie du siehst, wird das Wetter da hinten immer besser. Und jetzt wollte ich natürlich wissen, ob wir mit der Akkuladung wieder zurück nach Kiel kommen. Das kann das Tesla-Navi dir ja nicht sagen, aber es gibt nur eine gute Alternative. Den betterrouteplanner.com. Den habe ich jetzt hier über den Browser auf dem zentralen Display vom Model X, was wir gerade testen, aufgerufen und habe jetzt unser Ziel angegeben. Herr Römm, eine Insel nördlich von Sylt und dann unsere Zieladresse in Kiel. Daraufhin habe ich dann noch eingegeben, mit welchem Tesla ich unterwegs bin, nämlich mit dem Model X100D. Ich habe dann noch den Referenzverbrauch angegeben, denn der war da viel zu niedrig angesetzt. Und jetzt hat er uns ausgerechnet, dass wir auf dem Rückweg in Röde-Cro laden sollen. Und zwar 11 Minuten von 29% auf 52% und dann schaffen wir es mit einem Ziel, State of Charge von 10% wieder nach Kiel. Die ganzen Werte, also mit wie viel du ankommen willst, mit wie viel du startest und so, das kannst du alles eingehen unter den Settings. Dazu gibt es ja nochmal ein extra Video bzw. Bericht, einen Blogbericht auf meinem Blog e-Mobility Today. Aber hier siehst du das mal in Action, wie du sehen kannst, ist unten der rote Pfeil, da sind wir jetzt gerade und fahren in Richtung Sonne, um noch einen schönen Sonntag hier zu verleben und das Model X zu testen. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich bin jetzt hier auf Röm angekommen und habe mich hier so ein bisschen im Regen- und Windschutz der Dünen aufgestellt, aber wahrscheinlich hört ihr es am Ton und merkt es am wackelnden Bild. Der Wind ist ganz schön heftig. Ich kann hier auch nicht mehr lange filmen, dann ist die Linse voll und wir müssen auch wieder zurück und wir müssen wieder zurück und wir müssen wieder zurück ins Auto. Mit der Sonne hat er eben geklappt, aber jetzt kommt gerade so ein Regenschauer, aber das ist gleich vorbei und dann geht es wieder nach Hause. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.